Um MP3-Hits auch unterwegs genießen zu können, müssen Sie sich kein neues Autoradio kaufen. Dieser Adapter im originellen Kassetten-Look macht aus Ihrem Autoradio in Sekundenschnelle einen MP3-Player. Einfach eine SD-Karte mit Ihrer Lieblingsmusik einstecken, den Adapter ins Kassettenfach legen und los geht's! Wenn Sie die mitgelieferten Ohrhörer anschließen, unterhält Sie der MP3-Player auch außerhalb des Autos mit Musik. Über den USB-Anschluss laden Sie den integrierten Lithium-Ionen-Akku für bis zu 6 Stunden Wiedergabe auf und haben gleichzeitig Zugriff auf die Speicherkarte. Für Nostalgiker mit Sinn fürs Praktische ein absolutes Muss und günstiger als ein Autoradio. ist dieser Adapter allemal.